Die perfekte Aussicht. Heimliche Desperation Zuschauerin. Angeregt blickt Kaya aus dem Fenster ihres Büros. Der Grund für ihr ungeteiltes Interesse ist der attraktive Unbekannte, der sich eine Etage über ihr aufhält. Dieser muss unübersehbar dringend pinkeln. Eine heiße Feststellung, die die Lust der jungen Frau emporschnellen und sie jeden Gedanken an Moral und Anstand vergessen lässt. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de